Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Kollege Weiß hat, glaube ich, sehr breit ausgeführt, worum es in der Sache geht. Es geht um Fotografie, Einschränkungen in öffentlichen Parks. Diese Fälle gab es, diese Fälle sind medial aufgegriffen worden. Und Herr Zimmermann, da können Sie jetzt einfach nicht drüber hinwegreden, dass es eben solche Verbote ganz konkret in Berlin gegeben hat. Der Piratenantrag greift diese Fälle auf und versucht, solche Friktionen für die Zukunft zu vermeiden, indem er sagt, der Senat soll hier die rechtlichen Gegebenheiten klarstellen. Er soll quasi ein Genehmigungsverfahren da einführen, wo es notwendig ist, und ansonsten klarstellen, dass man natürlich in den Berliner Parks uneingeschränkt fotografieren kann. So, darum geht es in dem Antrag. Es geht nicht um Urheberrecht. Es geht nicht um die ganzen wunderbaren rechtspolitischen Erwägungen, die Sie gerade da versucht haben auszubreiten. Sondern es geht letztlich um eine Klarstellung dieser Rechtsfrage, wie sie in Berlin umgesetzt und angewandt wird. Es geht letztlich um den Ausschluss von willkürlichen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit hier an zwei, drei Stellen hatten. Man darf das nicht überwerten. Der Antrag ist ehrlich gesagt zu klein, dass wir ihn jetzt fünfmal im Plenum beraten. Es hätte genügt, wenn wir mal eine Ausschussberatung das mal wirklich so beraten hätten, dass SPD und CDU da ihre Argumente vorgetragen hätten. Aber man muss den Piraten und dem Antrag schon zugestehen, dass er ein, wenn auch ein kleineres Problem aufgreift, das in Berlin einfach so stattgefunden hat. Und deswegen ist es sinnvoll, das so zu machen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, diesem Antrag zuzustimmen. Und damit will ich es auch bewenden lassen. Vielen Dank.